Auf geht's zur Kosmetikerin! Grüße gehen raus an meine wunderbare Ilka und gleich vorweg, dieses Video wird ein sehr persönliches Empfehlungsvideo von mir. Natürlich auch wieder ein bisschen Studien gestützt, ist klar, nur viele von euch haben sich bei uns erkundigt. Miri, wenn du zur Kosmetikerin gehst, was lässt denn du dann da machen? Und ja, es gibt so ein paar Golden Nuggets bei der Kosmetikerin, die ich nicht nur deshalb liebe, weil ich sie als wohltuend empfinde, weil manchmal tun die auch ganz schön weh, sondern weil ich einfach direkt sichtbare Ergebnisse in meinem nicht gebotoxen, nicht operierten Gesicht wahrnehme, das ist über 50! Und da sind wir doch froh, um jede noch so kleine Verbesserung, nicht wahr? In diesem Video handelt es sich, wie gesagt, um meine persönlichen Erfahrungen und Tipps. Ich freue mich natürlich auch über deine, also ergänze das Video gerne in den Kommis, um das, was du so bei der Kosmetikerin machen lässt und welche Resultate du damit schon erlebt hast. Vorweg, wir haben über 3000 Follower auf diesem Kanal! Entschuldigung, ich weiß, ich soll das nicht machen, nur ich freue mich so. Vielen Dank an euch alle fürs Folgen, fürs Liken, für Videogucken, für Kommentare schreiben. Und es sind in 99,99999% aller Fälle so liebenswerte, tolle, fachkundige, lobende, ermutigende, motivierende Kommentare von euch. Ihr seid eine wundervolle Community. Proud Aging Rules, vielen Dank! So vorweg, ja, ich gehe zur Kosmetikerin und ja, ich habe da meine Favorites. Und das sind meine Favorites. Und meine wunderbare Ilka wird jetzt vielleicht bei diesem Video auch an der einen oder anderen Stelle die Augen verdrehen. Nur Ilka, du weißt, ich komme wieder. Ich gehe zu wenig, ich gehe viel zu wenig zur Kosmetikerin. Und hey, selbst dafür, es hilft schon, es hilft schon sehr, sehr geil, super geil. Es muss gar nicht immer hier das alle zwei Wochen, alle vier Wochen Programm sein. So, fangen wir mal an mit der Reinigung. I love it! Und ich sage euch gleich vorweg, ich habe keine einzige signifikante wissenschaftliche Studie zu dieser Methode, die gar nicht mal so wenig kostet, gefunden. Nur meine Haut, die quietscht vor Vergnügen, wenn das gemacht wird. Das nennt sich Aquapier. So, da wird mit Wasser und einem Vakuum, also so eine Art Staubsauger zusätzlich, wie bei so einem Boden-Vakuum-Wasser-Gleanser, ne, wird die Haut sauber geschlürft und gezischt. Und mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Ich finde, das ist ein super geniales Gefühl, wenn das gemacht wird. Meine Haut fängt sofort an, besser zu durchbluten. Durch den Sob wird wirklich alles aus den Poren bei mir rausgesogen, was da keine Miete zahlt. Gleichzeitig wird mit dem Wasser, das mit Druck dann drübergezogen wird, wird ein so ein ganz klares, fast jungfräuliches Hautbild gemacht. Wenn ich danach in den Spiegel schaue, ihr Lieben, ich sehe eine neue Haut. Und ich hätte geschworen, dass ich einen Berg voll wissenschaftlicher Studien dazu finde, wie das passiert, warum das passiert, was da genau passiert. Miente. Deswegen würde ich das auch nicht uneingeschränkt empfehlen. Bei mir hilft es endlos. Wenn dir dieses Video gefällt, dann schenke uns doch bitte ein Like, umarme unseren Abo-Button und aktiviere auch gleich das Glöckchen. Dann verpasst du nämlich kein einziges Video mehr von uns. Ich habe eine Mischhaut. Das heißt, bei mir gibt es deutlich auch mal verstopfte Pörchen, Unterlagerungen, Pickelchen. Ich neige zu Kuperose an den Wangen. Habe ich alles gut im Griff? Nur Aquapil, da bin ich der festen Überzeugung, hilft mir dabei und ich würde niemals darauf verzichten wollen. Und dann kommt noch dazu, dass es nicht wehtut. Ich gehöre wirklich zu den sensiblen Mäusen. Ich darf mich bei Behandlungen, die pieksen, quetschen, kratzen, scheuern, immer sehr überzeugen lassen von Ilka, dass das jetzt gut wird. Und dann darf ich mich extrem runter meditieren. Beim Aquapil alles in Ordnung. Also wenn du eine Kosmetikerin um die Ecke hast, die sowas anbietet, von mir aus gibt es da mal eine Empfehlung für. Nur es ist nicht wissenschaftlich unterlegt. So, dann bleiben wir erstmal beim Vakuumstaubsaugen und gehen zur Mikrodermabrasion. Und hier sind wir jetzt schon im minimalinvasiven Bereich dessen, was eine Kosmetikerin überhaupt tun darf. Denn hier wird mit einem Schleifpapier auf einem sich schnell drehenden Schleifkopf plus einer Staubsaugevorrichtung werden die oberen Hornhautzellen der Haut, die abgestorbenen Hautschüppchen, komplett gelöst und dann gleich auch weggeschlunzt. So, hier passiert schon richtig was auf der Haut. Also da gehen wir in einen Bereich, wo manche sehr sensible heute Hautreizungen, Rötungen, Schwellungen erleben können. Vor allen Dingen direkt an diesem Tag und auch an den 1-2 Tagen danach. Dann sollte das allerdings bei jeder Haut problemlos abklingen. Bei der Mikrodermabrasion wird die Haut ein Stück weit gereizt. Also sie wird wie verletzt, als würden wir so eine kleine Verbrennung erzeugen tatsächlich, wo ja auch die oberste Hornhautschicht weg ist. Und das wiederum sorgt dafür, dass in der Haut ganz viele Mechanismen angehen zur Wundheilung. Und diese Wundheilung wiederum sorgt dafür, dass neue Kollagene, Zellen und Fasern gebildet werden, dass die Haut generell wieder neue, junge, frische Hautzellen nachbaut. Und das gibt, und das ist auch wirklich über viele, viele Studien belegbar, am Ende des Tages dann ein sichtbar und signifikant verjüngtes Hautbild. Weniger Falten, weniger Altersflecken, weniger Alterswarzen, weniger große Poren, eine deutliche Verstraffung, also auch ein Lifting der Haut kann hier stattfinden. Das bedeutet einfach nur Zähne zusammenbeißen. Ich finde, bei der Durchführung selbst ist es immer noch relativ harmlos. Also mir tut es nicht weh. Mikrodermabrasion kann ich sehr gut aushalten. Danach ist es ein bisschen unangenehm. Also meine Haut, ich habe dann abends wirklich das Gefühl, als hätte ich mich in der Sonne verbrannt. Am nächsten Tag einmal drüber geschlafen ist, ist bei mir allerdings auch schon wieder so gut wie abgeklungen. Ich kann das dann mit Make-up ein Stückchen weit abdecken, sieht keiner mehr was. Ich kann sogar Fernsehsendungen machen. Und spätestens am zweiten Tag danach ist gar nichts mehr zu sehen, außer ein wirklich frisches, vom Frühling geküsstes Hautbild. Deswegen mag ich Mikrodermabrasion tatsächlich sehr, sehr gerne. Allerdings von der Hautärztin durchgeführt. Denn die Geräte, die es für zu Hause gibt, mir persönlich reichen die nicht. Und kommt noch was dazu, schau dir dazu auch gerne mein Video zur operativen Kosmetikbehandlung an. Da sind sehr gute Hygienebedingungen extrem wichtig. Denn die Haut kann hier mikrofein verletzt werden, soll sie ja im Grunde sogar auch. Und an sehr dünnen Hautstellen, also über den Knochen liegend und so, kann es sogar zu mikrofeinen Blutungen kommen. Da können Bakterien einringen und so weiter. Und die Kosmetikerin weiß einfach, wie sie das ganze Ding super hygienisch und steril hält. Deshalb lieber bei der Kosmetikerin machen lassen, in den sauren Apfel der hochpreisigen Behandlungsart greifen. In den sauren Apfel greifen. Und dafür wirklich sichtbare und vor allen Dingen wissenschaftlich evidente, signifikante Ergebnisse erwarten. Drittens, das Niedling. Mit ganz vielen hauchdünnen Nadeln rinnen in die tiefe Haut. Da seht ihr Miri immer ein Stückchen weit leiden, wenn Ilka sagt, es wäre Zeit für Niedling. Dann verhandle ich mit Ilka auch immer sehr hart über die Tiefe der Nadeln. Denn das kann die Kosmetikerin ganz schön tief einstellen. Ich meine bis 0,5 Zentimeter. Leute, da bin ich also. Und ey, da sind wir wirklich beim fachmännischen Niedling. Also es hat nichts mehr mit dem zu tun, was du zu Hause mit so einer kleinen Rolle oder mit Niedlinggeräten für zu Hause machen kannst. Die sind gar nicht so tief einstellbar. Die Kosmetikerin hat eine entsprechende Ausbildung. Auch hier wieder Hygiene, Hygiene, Hygiene. Bitte nicht rummurksen an so einer Stelle. Da gehen wir wirklich tief unter die Haut. Da wird mit Absicht die Haut mikrofein verletzt. Das ist minimalinvasiv. Da sollten Experten ran. Also entweder du lässt das bei der Hautärztin machen oder bei einer sehr gut ausgebildeten Kosmetikerin. Was macht das Niedling? Im Grunde so etwas Ähnliches wie die Mikrodermabrasion, nur nochmal stärker. Bei der Mikrodermabrasion gehen wir ja an die obere Hornhautschicht. Hier gehen wir durch die obere Hornhautschicht in die Tiefe der Haut. Diese kleinen Nädelchen verletzen die Haut da ganz klein. Und dann geht die Haut sofort in den Heilmodus. Also alle diese ganzen Immunhelferzellen werden aktiviert. Es gibt Notstandalarm. Die Haut dreht einmal hoch. Das ist dann auch währenddessen und danach schon zu sehen. Sie vermeldet Schmerzen. Sie vermeldet kleine Reizungen. Sie erzeugt Hitze. Sie erzeugt ein richtiges Wundheilungsverhalten. Nur das ist eben genau die Stelle, wo, so die Theorie, neue Kollagene und Elastinefasern gebildet werden. Dadurch strafft sich die Haut. Dadurch glättet sich die Haut. Dadurch können Hyperpigmentierungen, Altersflecken, Alterswarzen sich deutlich vermindern. Es ist großartig. Und wir haben einen weiteren Vorteil zur Mikrodermabrasion. Während des Niedlings kann die Kosmetikerin hochkonzentrierte Wirkstoffe ganz, ganz tief in die unteren Hautschichten hineinschleusen. Und da können die natürlich dann auch ihre Arbeit machen. Ich sehe nach einem Mikroniedling tatsächlich direkt fünf Jahre jünger aus. Das ist krass, selbst wenn ich nicht gut geschlafen habe. Ich finde es nur wahnsinnig unangenehm. Ilka weiß das. Ilka redet auch wirklich die ganze Zeit auf mich ein, während sie das macht. Damit ich abgelenkt bin. Und sie macht das auch tatsächlich erst, nachdem sie meinen Hautzustand richtig gut durchgecheckt hat. Und wenn zum Beispiel meine Koparose gerade spinnt oder meine Unterlagerungen, Entzündlichkeiten ein bisschen stärker ausgeprägt sind, macht sie das nicht. Also eine Kosmetikerin schaut wirklich genau hin, was kann deine Haut gerade vertragen. Und dann ist dieses Verfahren tatsächlich durchaus zu empfehlen. Es ist auch nicht furchtbar schmerzhaft. Ich bin halt einfach ein totales Sensibelchen. Einige meiner Freundinnen sagen, geht total einfach. Ihr weiß nicht. Viertens wurde bei mir auch schon mit großem Erfolg durchgeführt. Tut überhaupt nicht weh. Im Gegenteil ist eher wohlig die sogenannte Mesoporation. Hier wird mit Hilfe eines elektrischen Niedrigstroms über einen Kopf, so die Theorie, Wirkstoff möglichst dünnflüssig in die Haut hineingeschleust. Dafür darf die Haut allerdings sehr gut vorbehandelt sein, damit das überhaupt was bringt. Und dass es was bringt, ist wissenschaftlich äußerst umstritten bis hin zu gar nicht belegbar. Jetzt gibt es ja manchmal auch so homöopathische Erfahrungen bei Menschen, wo wir vielleicht sagen könnten, naja, vielleicht hat ein Placebo-Effekt eine Rolle gespielt. Oder die Haut war einfach in so einem schlechten trockenen Zustand, dass egal was die Kosmetikerin gemacht hätte, sowieso schon sichtbaren Effekt gegeben hätte. Wissenschaftler sagen Mesoporation im Sinne von nur von außen. Es gibt ja eine Mesotherapie, das ist was völlig anderes. Das wird nur von Ärzten gemacht. Mesoporation, das ist wissenschaftlich nicht nachweisbar, dass da irgendwas passiert. Bei mir, wie gesagt, hat das ein paar Mal schon richtig geholfen, ein paar Mal auch gar nicht so. Und Ilka und ich sehen auch aufgrund der Zeitknappheit, die ich immer mitbringe, in den letzten paar Malen, wo ich da war, grundsätzlich davon ab. Es ist relativ teuer, wenn eine Kosmetikerin dir das anbietet und vorher ein Aquapil, eine Fruchtsäurebehandlung, komme ich gleich noch zu, also wirklich auch Mikrodermabrasion macht, dann kann das unter Umständen einen verstärkenden Effekt haben. Es ist allerdings überhaupt nicht wissenschaftlich nachweisbar oder erklärbar. Nur auf einfach so irgendeine Haut, die mal mit ein bisschen Reinigungsmilch abgereinigt wurde, das zu machen, das ist Geld zum Fenster ausgeschmissen, ihr Lieben. Deswegen da überhaupt nicht drauf einlassen, aus meiner Sicht. So, und jetzt kommt die Fruchtsäurebehandlung. Mein heiliger Gral, ihr Lieben. Die Fruchtsäurebehandlung war meine Inspiration, um eine eigene Kosmetiklinie zu bauen, vor vier Jahren. Ja, wir haben ja schon ein bisschen früher damit angefangen, das zu entwickeln. Nur das Herz meiner gesamten Kosmetik ist mein Nightshift Concentrate. Ganz viele von euch kennen es. Schreibt gerne mal einen lieben Gruß ans Nightshift in meine Kommis, wenn ihr mögt. Hier geht es um ein sehr hochkonzentriertes Fruchtsäurepeeling, das durch die Säure dafür sorgt, dass die Hornhautschüppchen, die abgestorben sind. Und das ist das Geile an Fruchtsäure. Es kann die gesunden Hautzellen nicht anfassen. Nur die abgestorbenen. Dass dadurch die abgelöst und angelöst werden und dann einfach runtergenommen werden können. Also sehr viel sanfter als eine Mikrodermabrasion mit Schleifpapier. Oder vor allen Dingen, lass die Finger davon, Schrubbelpeelings im Gesicht. Dafür ist die Gesichtshaut viel zu sensibel und zart. So, Fruchtsäure, super. Die Kosmetikerin benutzt sehr viel höhere Dosierungen, die Dermatologin noch höhere, als wir das zu Hause dürfen. Zu Hause dürfen wir so bis 15, 16 Prozent gehen, laut EU-Kosmetikverordnung. Da geht mein Nightshift auch hin. Anderes macht mir keinen Spaß. Handelsüblich in Drogerien, Parfümerien findest du meistens irgendwo zwischen 5 und 7 Prozent. Das finde ich persönlich mehr als langweilig. So, also über 10 Prozent mindestens kaufen, wenn du es nicht von Miri kaufst. Wenn du es von Miri kaufst, weißt du, ah, sehr schöne 14 Prozent. Die Kosmetikerin darf 30, 40 Prozent ansetzen. Die Dermatologin geht hoch bis 70 Prozent. Was passiert bei so einer Fruchtsäurebehandlung? Weil bei 14 Prozent merkst du schon, das kribbelt auf der Haut. Bei 30, 40 oder sogar 70 Prozent kribbelt es nicht mehr nur. Da brennt es einfach. Deswegen ist auch da, also ich weiß, wie geil das danach aussieht, Entschuldigung. Nö, kein Problem. Nur auch da ist Miri atmet sich runter angesagt. Allerdings habe ich das eben einmal erlebt. Und die Haut danach gesehen und Freunde, einen Tag später bei mir wirklich, ich habe eine Nacht, Ilka meinte so, ah, zwei, drei Nächte wird es rot aussehen, wird es sich ein bisschen warm anfühlen. Bei mir null, null, null. Meine Haut liebt es einfach. Die macht es nachmittags bei mir, meine liebe Ilka. Eine Nacht schlafe ich da drüber. Am nächsten Morgen sehe ich aus wie der Frühling. Das ist bei mir so eine 30, 40-prozentige Fruchtsäurebehandlung. Und da, ihr merkt schon, ich rede mich richtig in Rage. Da möchte ich persönlich überhaupt nicht drauf verzichten. Und jetzt kommt's, das ist auch die Behandlung bei der Kosmetikerin, die mit den meisten wissenschaftlichen, evidenten Studien gestützt ist. Denn Fruchtsäure, topisch, also auf die Haut aufgetragen, ist super gut. Ich habe diese ganze Metastudie mit hunderten von Studien, habe ich hier unten in der Caption verlinkt. Ist super für die Neubildung kollagener Fasern. Antimikrobielle Eigenschaften gibt es hier. Also bei Pickelchen, Unterlagerungen, super. Auch das Ausschleusen dieser Pickelchen, dadurch, dass eben Verhornungen gelöst werden. Es werden Hyperpigmentierungen, Altersflecken, Alterswarzen nicht nur angelöst, sondern aufgehellt. Das heißt, die können bis hin zu ganz verschwinden, je nach Schweregrad. Es geht um tiefe Falten und Fältchen, die sich irgendwo gebildet haben. Auch hier ist ein messbar Fortschritt da, bis hin zur völligen Ausglättung. Kleine Vernarbungen, auch Ackennarben und so eine Fruchtsäure. Das kann die Kosmetikerin so alle sechs bis acht Wochen mit der Haut machen. Da guckt sie sich deine Haut an, weiß dann genau, wie häufig das geht. Und da würde ich dann auch mal eine ganze Strecke durchziehen an deiner Stelle. Zwischendurch kannst du dann auch mit solchen Produkten wie meinem Nightshift Concentrate beibehandeln. Dann wird das Ganze noch heftiger. Und selbst wenn du mit so einem gut dosierten Produkt wie Nightshift einfach dran bleibst und sagst, ich habe eine hochsensible Haut, so 30, 40 Prozent traue ich mir einfach nicht zu, dann bleib da dran, da darfst du halt nur ein bisschen Zeit draufsetzen und sehr regelmäßig das Benutzen eins bis zwei Mal pro Woche, wie eben so ein Peeling verwendet wird. Wunderbar! Kosmetik bei der Kosmetikerin kaufen. Ist das eine gute Idee, weil meistens geht das ja ein bisschen tiefer in den Geldbeutel. Jein! Denn die Kosmetikerin kann schon andere Produkte anbieten, als du sie im Einzelhandel, vor allen Dingen in der Parfümerie oder der Drogerie, regulär findest. Es gibt allerdings ein kleines Aber. Gerade bei, ich sag jetzt mal, den normalen Pflegeprodukten wie Gesichtscreme, Augencreme, wäre ich bei der Kosmetikerin jetzt eher mal sparsam, vor allen Dingen, wenn das Geld nicht ganz so locker sitzt. Ansonsten hilft auch hier wirklich mal ein Blick auf die Inki, weil da gibt es Unterschiede. Es gibt ganz tolle Produkte, die dann eben einfach auch ihren Preis haben, weil sie in der Kabine mit fachkundiger Beratung verkauft werden. Und es gibt eben auch Produkte, wo ich sagen würde, naja, also da kriegst du dann für 10, 15 Euro was Adäquates auf dem freien Markt. Wo ich bei der Kosmetikerin immer neugierig bin und wenn Ilka was Neues hat, dann sind das Ampullen, Masken und Seren. Und da wiederum schaust du bitte mit geübtem Blick auf die Inki. Wie hoch ist der Wirkstoff wirklich drin? Je weiter er vorne steht, schau dir dazu bitte mein Video zum Thema Inki an. Das darfst du als kosmetikbegeisterter Mensch einfach alles wissen. Ich hab das schön zusammengefasst, dann kannst du in Zukunft mit fachmännischem, fachfraulichem Blick diese Inki, die Inhaltsstoffliste auf der Rückseite der Verpackung lesen und dann beurteilen, ist es jetzt mal wert, dass du 80, 90, 100 Euro in die Hand nimmst und dich mal verwöhnst mit einem sehr hochdosierten Wirkstoff. Auch gerade bei den Masken hat die Kosmetikerin häufig vom Feinsten. Auch da lohnt es sich mal, sich ihr Repertoire vorstellen zu lassen und die Kosmetikerinnen freuen sich in der Regel auch, wenn du als Kundin ganz proaktiv sagst, was hast du denn gerade für Masken da, darf ich mir die mal in Ruhe anschauen? Und keine Kosmetikerin, die was auf sich hält, lässt dich nicht mit der Lupe auf die Inhaltsstoffliste gucken. Das findet die sogar spannend, mit dir da in den Diskurs zu gehen, so zumindest meine Erfahrung, wenn du dabei freundlich bleibst. Zudem kommt, wenn du eine Behandlung machen lässt, wie Mikrodermabrasion, Fruchtsäurebehandlung, Niedling, wo die Haut tatsächlich auch ein Stück weit verletzt wird, da hat die Kosmetikerin sehr gute Nachfolgeprodukte für die unmittelbare Reinigung und Pflege dieser dann ja etwas versehrten, gereizten, im Grunde sogar verwundeten Haut. Da solltest du nämlich vorsichtig sein mit irgendwelchen Reinigungsprodukten, irgendwelchen Cremes, da weiß die Kosmetikerin genau, was gut ist. Hier allerdings, wenn sie dir dann Produkte aus ihrem Sortiment empfehlen kann, reichen auch die Reise- oder Probiergrößen, die gibt es sehr oft. Frag da bitte danach, denn du brauchst die höchstens drei, vier, fünf Tage lang, dann kannst du wieder zu deiner normalen Pflegeroutine übergehen.